So, herzlich willkommen zurück zu Call of Boom Cigil Ultimate. Ja, quasi die letzte Woche. Genau, dann müssen wir damit durch sein. Sechs Folgen kommen noch, sechs Maps kommen noch, sechs Tage hat die Woche, also die Aufländer Session. Und dann geht's nächste Woche weiter. Ich habe vor, weiter mit Call of Doom zu machen, aber dann quasi Extermination Day. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, so. So. Goed, ist die Map dunkel? Ähm. Not bad, not bad. So. Oh. 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 Oh, Gott, weg. Okay, machen wir ein bisschen krach. Oh. Oh. war da nicht gerade noch ein shotgunner oder habe ich den jetzt gerade auch nicht gekillt da war ja was so ja Was? Fuck! Da rein gehen würden wir es nicht überleben. Versuchen wir es mal. Na doch, wir haben sogar überlebt. Was? Dass die uns immer noch beißen können? Schweine. Digga dreimal in dem geschossen hat. Ist denn los hier? Ach. Ist aber richtig, ja. Los, ja. Wir doch. Das geht nicht. Da brauche ich auch. Da brauche ich auch Red Key. So. Ach ne, bringt nicht. Ich wollte mich gerade ein bisschen beeilen, damit wir hier noch weiter da. Aber, hier beeilen, macht keinen Sinn. So. Das heißt. So. 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 Wie geht es. So. 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 falsche Waffe. Oh, wo kommst du denn her? Autsch. Ja. Das war gerade richtig schön blöd, nein? War der gerade eine Stufe oder was? Oh ja, hier ist eine Stufe. Ach, vielleicht guck doch. Ach, Mann, ey. Was jetzt? Die habe ich noch nicht besiegt, oder? Komm mal raus. Wo bist du denn jetzt so? Oder? Ah, die geht. Ahem. Ahem. Hier doch. So, hier habe ich schon. Aufgeräumt. So, wo denn? Da. Komm mal her. Ach, lebt mich doch. Lebt dich, komm. Wir feiern jetzt hier. Warte, los hier. Oh, oh. Genau, wir müssen noch da hinten diesen Schalter eröffnen. Da müssen wir erst mal hier lang. Ungefähr, oh, ungefähr so. Fürs Protokoll, ich habe die Spring-Taste gedrückt. Das war halt im Spiel, nur gerade scheißegal. Das muss ich hier auch noch machen, hier. Uäh. Springt der nicht? Oh, ich kann gar nicht springen. Äh, ja gut, dann müssen wir es halt mit Strafe-Warning machen. Hätten wir ja auch mal sagen können. Oh, guck mal, die Verrüstung. Dann solltet ihr hier vielleicht doch noch nicht nehmen. Ähm, dann nehmen wir doch erstmal die rote Karte. Oh. Oh, kriege direkt Besuch. Komm zu Mami, Papi. Oh Gott. Noch jemand? Ich höre hier noch jemanden. What the... Alter. Oh Gott. Komm wir da rein? Oh. War ja auch tödlicher Boden. Oh Mann. Oh Mann. Dieses Spiel, ne? Uäh. 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 Ach da, guck mal ihn an. Wo ist jetzt dieser Lost Soul? Ich kann doch noch... Hier kann doch noch... Hier kann doch noch Lost Soul aufhinterhalten. Wer weiß das schon. Da wird das bestimmt in dem Moment überraschend, wo wir es am wenigsten brauchen können. So, jetzt haben wir die rote Karte. Können wir jetzt springen. Da haben wir nämlich wieder dieses komische, dieses, ne? Diese, diese ABC-Suit. So, I must wave running. Das war schlecht. Trotzdem habe ich das geschafft. Sehr schön. Na gut. Die blaue Pferde war jetzt gerade komplett Verschwendung. Ist mir egal. Uah. Ähm. Ist es noch einer? Nein. Uh oh. Musik was ist das eigentlich für ein magazin das ist das hier ja ja da sollten wir die waffe öfters verwenden jetzt haben wir diese roten tippe vor uns so zum beispiel noch ein teleporter zurück ja auch wenn das nur nicht allzu viel weil wir haben kein abc anzug mehr von daher lassen wir das mal so dann ja dann müssen wir nicht zur folge nein